Hallo, in diesem Video möchte ich das Konzept von Git erklären. Das Ziel ist es, zu verstehen, wann man Push, Pull oder Merge benutzt und wie man sich das in der richtigen Welt vorstellen kann. Wir fangen direkt an. Stell dir vor, du machst mit Kollegen in der Firma, du schreibst ein Buch. Und in der Firma gibt es dafür einen Tisch. Ihr seid vielleicht auch mehrere Kollegen. In der Firma gibt es dafür einen Tisch hier. Und da sind eure Seiten vom Buch drauf. Und jeder kann jetzt hier in dieses Buch was hinzufügen oder was wegstreichen. Und das Hinzufügen oder Wegstreichen, das Arbeiten mit dem Buch, wird aber nicht an diesem Tisch hier passiert. Das ist der Tisch für alle. Wir machen mal alle darüber. Sondern das Bearbeiten passiert auf den Tischen von jedem Einzelnen. Wir haben hier zum Beispiel deinen Tisch. Und hier machen wir den Tisch von Mr. B. hin. Das ist Mr. B. Außerdem kommt dazu, dass alle eure Tische komplett abgeschottet sind. Ihr könnt also nicht an die Tische von den anderen gucken. Die haben diese Cubicles, die in Amerika scheinbar immer noch weit verbreitet sind. Das heißt, niemand kann auf den Tisch von den anderen gucken. Quasi so die Abschreibbarriere. So, jetzt kommst du morgens in dein Büro und sagst, okay, ich will jetzt hier an diesem Buch weiterschreiben. Oder ich will anfangen, du kommst jetzt nur in die Abteilung, ich will jetzt anfangen an diesem Buch zu schreiben. Ich will zum Beispiel ein paar Korrekturen machen oder vielleicht ein paar Seiten hinzufügen. Was du also machst ist, du gehst zuerst mal hier aus deinem Cubicle raus und gehst an diesen Tisch, wo alle Zugriff haben und nimmst dir die Seiten. Du kannst dir aber nicht einfach hier die Seiten wegnehmen. Wenn du dir die Seiten einfach wegnimmst nach hier. Oh, das ist aber nicht gut, was hier passiert ist. So sollte das sein. Wenn du die Seiten einfach wegnimmst, dann kann ja keiner mehr hier drauf zugreifen. Das geht also nicht. Was du also machen musst, du gehst also zum Kopierer, kopierst die, oder der Kopierer ist direkt hier, du drückst auf den Knopf, die werden kopiert. Und was du machst ist, boah, jetzt geht es nicht, oder was? Hier, das wollte ich machen. Du nimmst dir also eine Kopie mit, so. Nimmst dir eine Kopie mit, zieht dir nach Hause, quasi, also in dein Büro. Und legst es hier auf deinen Tisch. Du machst hier außerdem so einen kleinen Zettel dran, der dir sagt, das ist das Original. Du machst hier so eine kleine Notiz dran. Und was du dann machen kannst ist, jetzt brauchst du, außerdem ist dieser Tisch, boah, das ist der. Der Tisch ist ultra weit weg. So, der Tisch ist also sehr weit weg. Du willst also nicht jedes Mal wieder zum Tisch laufen. Was du also machst ist, du hast jetzt hier deine Kopie vom Original. Du willst auch in dem Original hier nichts rumschreiben, weil solange du hier das Original hast, kannst du einfach hier an deinen Kopierer direkt neben deinem Kubikkel gehen. Ist das ein Kopierer? Bestimmt, das ist ein Kopierer. So, gehst einfach da hin, machst eine Kopie und dann kannst du hier quasi eine Kopie vom Original machen. Und genau das machst du auch. Du machst hier eine Kopie vom Original, hier so. Und auf diesem Stapel mit den ganzen Seiten schreibst du neue Seiten. Also du, weiß nicht, machst vielleicht ein neues Kapitel. Also schreibst du hier, du machst so eine kleine Notiz dran. Neues Kapitel. Das ist quasi so dein Label. Deine Notiz für welcher Stapel welcher. Es ist der Originalstapel, das ist der Stapel für ein neues Kapitel. Und dann sagst du aber auch, also dein Chef hat auch gesagt, du sollst gucken, ob die Schreibweise überall okay ist. Wir haben nämlich noch kein Grammarly auf Deutsch. Und mach doch bitte mal ein paar Korrekturen. Was du also machst, ist, du machst eine neue Kopie. Du willst ja jetzt die Korrekturen, die Änderung für deine Korrekturen und dein neues Kapitel, willst du ja nicht zusammen in einen Stapel machen. Nein. Sondern du machst ja also einen neuen Stapel quasi. Du machst wieder eine Kopie vom Original. Hier, guck mal, das war eine Kopie vom Original. So. So machen. So. Das soll da hingehen. Dann machst du nochmal eine neue Kopie. Und legst es hier drauf und sagst dann, das sind jetzt die Korrekturen hier. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. So. Jetzt hast du also deine Korrekturen gemacht und möchtest die eigentlich mit allen teilen. Aber du hast auf jeden Fall das Problem erstmal, niemand kann auf deinen Kürbill gucken. Das heißt, selbst wenn deine Korrekturen hier fertig sind, das kann keiner sehen. Das bringt also nichts. Du musst sie also irgendwie allen zeigen. Bevor du aber jetzt, ganz wichtig, bevor du jetzt irgendwie das auf diesen Stapel hier tust, in irgendeiner Form, in welcher Form auch immer, willst du erstmal, dass nochmal jemand anders über deine Korrekturen drüber guckt. Quasi Korrekturen von den Korrekturen. Vielleicht hast du ja einen Fehler gemacht. Vielleicht hast du ja was Falsches korrigiert. Du fragst also Mr. B. Kann er bitte deine Korrekturen korrigieren, sozusagen. Und Mr. B sagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Gib mir einfach die Informationen, wo ich deine Daten, wo ich deine Seiten finde. So. Jetzt kann aber Mr. B. nicht einfach hier rauslaufen und hier rein. Nein, das ist verboten. Ihr dürftet nicht in unterschiedliche Cubicles rein. Sondern Mr. B. kann immer nur an diesen Tisch hier. Was du also machst ist, du nimmst eine Kopie von deinen Korrekturen, nimmst du eine Kopie und packst sie auf den Tisch für alle. Ja, es geht jetzt ein bisschen drüber hinaus, aber sei mir nicht so pingelig. So. Das sind jetzt, und wir nennen das, keine Ahnung, du heißt Mark. Das heißt, du machst eine Notiz dran, Mark Korrekturen. Korrekt. So, jetzt hast du deine Korrekturen hier hingelegt. Und jetzt kann Mr. B sagen, ah, okay, ich gucke mir diese Korrekturen an. Geht also, Mr. B geht also nach hier. Holt sich die Korrekturen. Was heißt, holt sich die Korrekturen? Das heißt nicht, dass er das Papier nimmt, sondern auch hier wieder. Vielleicht will ja Mr. C. auch deine Korrekturen. Gucken, was er also macht ist, er bringt das Ganze wieder zum Kopierer und nimmt sich nur eine Kopie mit nach hier. Das sind jetzt deine Korrekturen. Und dann guckt sich diese Korrekturen Mr. B an und sagt, ja, die Korrekturen sehen eigentlich ganz gut aus. Ja, das ist okay. Kannst du so einpflegen. Okay, dann ist das Nächste, was du machen musst, ist, du weißt jetzt die Korrekturen, die du gemacht hast, alle Änderungen sind okay. Du willst sie also jetzt hier einpflegen. Inzwischen ist übrigens auch der Tag vorbei und du willst sowieso langsam nach Hause. Und es sind ganz wichtig, es sind vor allem mehrere Stunden vergangen. So, jetzt könntest du deine Korrekturen hier in das Original einpflegen. Aber es wäre ein Riesenaufwand. Was du eigentlich machen könntest, ist, du nimmst einfach deine Korrekturen, das Papier und gehst nach hier, wirfst den Kram hier weg. Den kann sowieso auch weggeworfen werden. Und setzt einfach deine Korrekturen hier. Legst einfach deine Korrekturen hin. Das könntest du machen. Das Problem ist dabei aber, was machst du denn, wenn zwischendurch jemand anderes auch schon seine Sachen eingepflegt hat? Gehen wir an, geben wir, sagen wir, es gibt hier noch einen Mr. C. Es gibt hier noch einen Mr. C. Ich mach mal jetzt hier nur so ein Dings hin. Und Mr. C hat irgendwann zwischendurch hier eine neue Seite eingefügt. Mr. C hat eine neue Seite eingefügt. Oder vielleicht auch ein paar Korrekturen gemacht. Mr. C hat auch ein paar Korrekturen gemacht. Und dann kannst du ja nicht einfach deine Korrekturen, also du kannst ja nicht einfach das hier wegwerfen. Du machst nochmal in Rot hier. Du kannst ja nicht einfach das hier wegwerfen und dann deine Korrekturen da hinlegen. Warum? Weil dann wären ja die Korrekturen von Mr. C verloren. Und das willst du also nicht. Du musst also die Korrekturen von Mr. C wahren und deine Korrekturen einpflegen. Was du also machen kannst ist, du guckst dir an, was hast du eigentlich genau geändert. Und fügst nur die Änderungen hier ein. Du schreibst also quasi alles, was du hier gemacht hast, machst das nochmal neu hier. Weil das war ja quasi so dein Entwurf. Und jetzt schreibst du das nochmal neu hier rein. Und das ist auch soweit kein Problem. Du hast ein paar Seiten, die du korrigiert hast. Da hast du ein paar Sätze rausgestrichen. Ein paar Sätze vielleicht Rechtschreibung korrigiert und so. Und jetzt hast du aber einen Satz. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Und zwar auf der Seite 3 hat Mr. C und du, ihr habt beide eine Korrektur vorgenommen. Und zwar war da ein Satz, der hieß... Der Satz war, der Himmel ist blau. Und was du gemacht hast, ist, du hast gesagt... Moment, das ist eine schlechte Farbe, wir machen mal hier... Du hast gesagt, Moment, das hier ist falsch. Das ist ja ein kleines D. Das muss ja ein großes D sein. Das ist also so korrigiert. Jetzt hat aber Mr. C... Du willst also dieses große D einfach einfliegen. Mr. C, was der aber gemacht hat, ist, der hat gesagt, der ganze Satz ist Mist und hat den ganzen Satz weggestrichen. Das heißt, auf Seite 3 suchst du den Satz, der da lautet, der Himmel ist blau, um ein großes D einzufügen. Du findest den Satz aber gar nicht, weil Mr. C den Satz komplett rausgestrichen hat. Und jetzt musst du dir überlegen, du kannst... Ihr habt vielleicht auch noch so ein... Oder nicht vielleicht. Ihr habt hier so ein Logbuch irgendwie, wo drin steht, wer welche Änderungen genau gemacht hat. Du kannst also... Du kannst also genau sehen, ah, Mr. C hat tatsächlich diesen Satz rausgeschmissen. Und jetzt musst du überlegen, wer hat denn Recht? Hat Mr. C recht damit, dass der Satz komplett rausgeworfen wird? Oder hast du Recht mit der Tatsache, dass der Satz drin bleibt, aber dass D groß gemacht werden muss? Das ist eine Konfliktsituation, die gelöst werden muss. Da gibt es auch keine allgemeine Regel. Da musst du genau einfach hingucken und überlegen, wie sieht es denn aus? Also, das muss ein Mensch dann entscheiden. Du kannst also den Konflikt lösen. Du kannst also sagen, okay, vielleicht Mr. C hat da Mist gemacht, dass der Satz hätte da bleiben müssen. Oder du sagst, nee, stimmt, eigentlich hat Mr. C recht. Und ich habe zwar hier eine Korrektur gemacht, aber die Korrektur, die verwerfe ich einfach. Weil Mr. C recht hatte. Mr. C hatte Recht, das gehört da gar nicht an. Jetzt gibt es aber noch ein Problem. Und zwar diese Konfliktsituation oder das alles hier reinschreiben und sowas. Das kostet alles viel, viel Zeit. Und du kannst nicht einfach hier stehen und diese ganzen Sachen hier einfach so machen. Du kannst nicht einfach hier, wenn du da jetzt was reinschreibst und zwischendurch kommt jemand und will das kopieren, dann habt ihr eine Konfliktsituation am Tisch. Du willst also dafür sorgen, dass möglichst niemand an diesem Tisch steht. Außerdem, da ist überhaupt kein Stuhl. Du kannst überhaupt nicht sauber arbeiten. Was du also machst ist, du willst das gar nicht direkt hier einfliegen. Du nimmst also nicht deine Korrekturen und fliegst sicher ein. Nein, das machst du nicht. Deswegen löschen wir das mal wieder. Sondern, was du zuerst machen willst, ist, du willst an deinem Schreibtisch arbeiten. Du willst an deinem Schreibtisch deine Änderungen quasi hier erstmal einfügen. Okay. Aber, wir haben wieder dasselbe Problem. Mr. C hat ja Änderungen vorgenommen. Die hast du ja noch gar nicht hier. Du würdest also wieder dasselbe Problem haben, wie du vorher hattest. Was du also zuerst machst, bevor du deine Änderungen einfügst, ist, ich nehme mal hier eine neue Farbe. Du gehst nochmal zum Schreibtisch von allen. Bevor du deine Änderungen einfügst, du gehst nochmal zum Schreibtisch von allen, kopierst dir nochmal alles. Kopierst dir nochmal alles. Ich mache es jetzt hier in grün. Und jetzt hast du die Seite von Mr. C auch hier. So. Und was du jetzt machst, ist, jetzt nehme ich hier, ich weiß nicht, wie braun nehme ich mal. Jetzt fliegst du deine Sachen hier ein. Quasi in das Originalding. Löst auch alle Konflikte und alles ist sauber und schön. Und jetzt hast du hier quasi die allerneueste Version. Ich mache es mal hier in rot. Das hier ist jetzt quasi die allerneueste Version des Buches. Und willst die jetzt mit allen teilen. Wir haben wieder das Problem, keiner kann in deinen Schreibtisch reingucken. Auf deinen, keiner kann auf deinen Schreibtisch gucken. Das bringt dir also nichts, wenn du das einfach hier liegen lässt. Wenn du jetzt anderen Leuten sagen würdest, ja, hier, guck meine neuen Änderungen an, dann sehen die das nicht. Die gucken auf den Tisch und sagen, da ist ja gar nichts drin. Was du also machen musst, ist, du musst jetzt diese Änderungen nehmen und hier reinpflegen. Du könntest natürlich auch jetzt wieder hier Konfliktsituationen haben. Aber es ist ein bisschen kompliziert, das jetzt auf dieser abstrakten Ebene zu erklären. Aber im Grunde, du hoffst einfach, dass zwischendurch keiner was hier gemacht hat und dass du deine Änderungen, die du hier gemacht hast, einfach so hier eintragen kannst, ohne dass es irgendwelche Konflikte gibt, ohne dass du nachdenken musst. Du musst also einfach nur gucken, was hast du geändert und das fügst du einfach hier ein und dann ist alles gut. Und dann ist deine neueste Änderung hier auch auf diesem Tisch. Und alle können da drauf zugreifen. Okay, und wie hat das jetzt mit Git zu tun? Was ist das jetzt mit Git? In Git kannst du sagen, dass dieses Ding hier, das ist das Remote Repository. Oder man kann auch sagen, das ist Origin. Dann hast du hier diese verschiedenen Stapel gehabt. Jeder Stapel für sein eigenes Ding, was du quasi geändert haben willst. Und das sind Branches. Jeder Branch ist einfach nur ein Stapel vom selben Ding mit verschiedenen Änderungen, die du vielleicht dran vorgenommen hast oder auch andere vorgenommen haben, die du auch teilen kannst, wie du hier an diesen Korrekturen sehen kannst. Und diese Stapel haben einfach hier so kleine Post-its oder sowas dran. Und da steht dann drauf, wie die heißen. Jedes Mal, wenn du dir ein Update sozusagen von diesem Tisch holst, jedes Mal, wie in diesem grünen Fall, wenn du das, was du auf dem Remote, auf dem Alle, auf diesem Tisch hier hast, jedes Mal, wenn du das hier zu dir nach Hause holst, dann machst du einen sogenannten Pull-Request. Und jedes Mal, wenn du was auf das Remote Repository legst, machst du einen Push. Ganz wichtig dabei zu merken ist, ist das genau wie im Falle mit dem Tisch und den Seiten, die nach hier gebracht werden. Solange du keinen Push machst, kannst du alle anderen, solange du deine Blätter von hier nicht auf den Tisch legst, auf den alle Zugriff haben, kann ja keiner auf deine Blätter zugreifen. Das bedeutet, solange du keinen Push gemacht hast, kann auch Mr. B nicht gucken, was da ist. Solange du deine Blätter nicht auf den Tisch gelegt hast, wo alle drauf gucken können, kann Mr. B auch nicht drauf gucken, weil niemand kann auf deinen eigenen Schreiblich gucken. Das ist ganz wichtig. Du kannst auch, du hast hier dieses Original gehabt, du hast den Originalstapel gehabt, du hattest hier Änderungen eingepflegt, hier der braune Pfeil, ganz wichtig. Da ist hier Änderungen eingepflegt. Diese Änderungen einpflegen, das nennt man übrigens auch Merch dann. Du hast Änderungen eingepflegt, aber diese Änderungen waren am Anfang noch nicht auf dem Gesamttisch. Du hast zwar hier die neueste Version quasi, aber die ist noch nicht auf dem Tisch für alle. Das heißt, obwohl sie bei dir ist, hat sie keiner. Das heißt, es ist noch nicht veröffentlicht sozusagen. Mr. C und Mr. B können da überhaupt nicht drauf zugreifen, weil das ja immer noch bei dir liegt. Was du also machst ist, du musst das Ganze, du musst deine, deine aktuellste Version quasi wieder auf den Tisch legen. Und das ist das Push. Und wenn du was gepusht hast, wenn du was auf den Tisch gelegt hast, dann zum Beispiel hier, als du die Korrekturen von Mr. B Korrektur gelesen, Korrektur gelesen haben wolltest, boah, das ist eine schwere Kammatik, da musste ja Mr. B diese Sachen auch erst mal auf seinen Tisch bringen. Und das war ein Pull. Das war auch ein Pull. Außerdem hattest du hier so einen Konflikt, als du deine Daten einpflegen wolltest. Und das war ein Merge-Konflikt. Und dann hatten wir noch den einen kurzen Fall, wenn du deine Korrekturen fertig hast, dann könntest du sie ja einfach, einfach so die Seiten, die hier auf dem Tisch liegen, könntest du einfach entfernen, wegwerfen und deine überschreiben. Aber dann wären ja die Änderungen von Mr. C nicht drin gewesen. Wir hatten dieses Ding kurz angesprochen, das ist ein Force Push. Das heißt, dass alles, was hier ist, überschrieben wird. Das heißt aber auch, dass Mr. C's Änderungen überschrieben werden. Das hat noch in konkretem Git, hat das nochmal ein paar andere Sachen, die es nach sich zieht, aber von der Idee her. Ein Force Push ist einfach alles überschreiben, was hier liegt. Deswegen muss man damit auch sehr vorsichtig sein und gerade für Anfänger auf jeden Fall Finger von lassen. Und ich denke, bei 15 Minuten oder so sollte es auch das langsam gewesen sein. Ich hoffe, es hat einiges klar gemacht bei Fragen. Schreibt in die Kommentare. Wenn irgendwelche Konzepte noch nicht ganz klar sind, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht mache ich ein Video dazu. Ansonsten, vielen Dank fürs Schauen. Einmal.